Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Minivaro und ja, ich geh mal auf den Server. Es ist wieder früh am Morgen, ne, wie die letzte Folge oder wie in der letzten Folge. Und ja, wir gucken mal, was wir jetzt so schaffen hier. Ähm, ich steh ja hier noch in meiner Mine und ich hab mir schon ein paar Sachen überlegt, die ich heute in der Folge auf jeden Fall machen möchte. Und zwar, ähm, ja, möchte ich tatsächlich verzaubern und ich brauch aber dafür noch ein paar Sachen. Und zwar ein bisschen Lapis zum Beispiel und, äh, noch ein paar andere Dinge. Ich würde jetzt auch sagen, ich benutze mal hier erst, äh, die Diamantspitzhacke. Geht erstens ein bisschen schneller und zweitens braucht man die eh für andere Sachen nicht mehr eigentlich. Ähm, sondern eigentlich nur für Obsidian und ja, warum sollte ich sie dann nicht nutzen? Äh, und ja, ich grab mich jetzt einfach nochmal ein bisschen lang. Ich hoffe, dass wir auf Dauer ein bisschen Lapis finden. Das wäre natürlich echt geil. Und, ähm, ja, ansonsten werde ich dann gleich mir einen Zaubertisch machen und, äh, loslegen mit dem ganzen Kram. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mir wieder so eine klassische Base, äh, mache. Werde ich wahrscheinlich auch hier unten machen, also nicht oben. Und, ähm, ja, ich muss aber damit noch warten, bis ich dann eben gleich Lapis finde. Darauf bin ich jetzt echt erst mal angewiesen. Und ja, ich hoffe, dass wir heute verzaubern können. Dass das alles so zeitlich funktioniert. Und ja, vielleicht kann ich auch nochmal in die Höhle gehen, äh, wo wir letztens waren. Ich weiß nicht, ob ich da Lapis übersehen habe, aber ich glaub's eigentlich nicht, weil ich sowas eigentlich immer mitnehme. Aber es kann ja sein, dass ich in dem Moment nicht drauf geachtet hab. Und dann wirklich nochmal nachgucken muss. Ja. Müssen wir mal schauen. Ich werde auf jeden Fall auch alle wichtigen Ärzte wie Eisen und sowas mitnehmen. Gold brauchen wir eigentlich auch noch, damit wir hier Äpfel machen können und so, ne. Das wäre eigentlich wichtig. Und jetzt sind wir hier wieder bei dem Gang, ne. Und hier irgendwo war ja die Höhle. Ich glaube, das ging hier rein, genau. Und ja, da können wir mal schauen. Hier gibt's ja auch noch ein bisschen Eisen. Das können wir uns hier sicherlich auch mitnehmen. Und dann, ja, würde ich sagen. Gucken wir hier nochmal ein bisschen durch. So. Ähm, ich brauch, glaube ich, auch noch ein bisschen Kohle, oder? Ne, da hab ich einen Stack. Das reicht ja eigentlich. Und sollte man eigentlich auch immer neu finden können. Da will ich jetzt nicht irgendwie zu viel immer mit mir rumschleppen. Und ja, hab ich ja schon öfter erwähnt. So. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, wir sind hier relativ weit unten auf fast Lava-Level. Und ja, komm, da geh ich jetzt mal nicht hin. Das spare ich mir. Auch wenn da vielleicht Lapis ist, wer weiß. Aber nicht mit den, äh, Viechern da. Da hab ich nicht so viel Lust drauf. So. Okay, dann das da. Ich weiß nicht, ob's hier noch irgendwas gibt. Das wär natürlich richtig geil. Hm. Ich guck mal. Hier waren wir ja noch nicht. In den Höhlen. Wir waren nur in den anderen da, wo's Lava gab. Ja, da hab ich jetzt auch keine Lust, so richtig dahinter zu gucken. Ja, wenn wir natürlich dann die Hälfte weglassen, ist die Chance auch umso höher, dass wir keinen Lapis finden. Und ich brauch's halt unbedingt, ne? Das ist halt das große Problem. In der 1.8. In der 1.7 hatte man das ja noch nicht. Aber da hat man dann auch immer gleich 30 Level ausgegeben, wenn du was verzaubern wolltest. Oder, ja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall mal alle Level. So, nicht, dass ich mich verlaufe. Aber ich glaub, ich weiß, wo ich bin. Ja. Genau. Aber ich weiß halt nicht, wo Lapis ist. Das ist halt scheiße. So, hier war jetzt mein Gang. Also, wie viele Gänge hier schon sind, ne? So insgesamt, ist schon krass. Und wer hat sich hier lang gegraben? Ich vermute ja immer noch, dass es jemand ist, der hier sich lang gegraben hat, der immer noch hier ist. Also, wenn er sich einloggt, würde er hier spawnen. Sagen wir mal so. Ja. Und das ist halt nicht so gut. So, wie viel Eisen hab ich jetzt eigentlich aktuell? 57. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, dann noch einen zweiten Stack anfangen soll. Ob das gut wäre oder nicht. Oh, scheiße. Jetzt werde ich ja schon wieder eingekreist von Mobs. Nicht, dass jetzt hier so ein Creeper von oben fällt. Das passiert in Schluchten auch manchmal. Oh, da ist Gold. Das ist natürlich gut. Das nehm ich mal direkt mit. Wenn ich's noch mitnehmen kann. So, warte, was nehm ich denn da weg? Ähm. Soll ich Cobblestone wegwerfen oder erst mal was anderes? Das Zuckerrohr am besten, ne? Ja, komm, ich werf das jetzt hier weg. Ich kann doch die Karotten wegwerfen, weil die jetzt eh nicht so viel Hunger aufheilen. Wisst schon. Das bringt dann nicht so viel. Oh, Moment. Ja, da haben wir nochmal fünf Gold. Da kann ich mir schon einen zweiten Goldapfel machen. Das ist auf jeden Fall gut. Aber was ist mit Lapis? Ja. Hm. Ich weiß es nicht. So. Oh Mann, das ist auch wieder so gefährlich gerade. Oh Mann. Da denkt man hier, dass man... Man ist am Ende. Wenn man so einem begegnet. Oh shit. Ich hab einen Creeper gehört. Nein. Der ist direkt hinter mir. Alter. Genauso was meine ich mit, äh, von wegen, die fallen hier runter. Die kommen einfach von oben runtergelaufen. Obwohl das ja eigentlich gegen der ihre... KI ist, ne? So. Ja komm, geht doch hoch. Aber bitte leise. So, dass ich's nicht merke. Auf jeden Fall. So, nochmal mehr Gold. Das ist gut. Aber ich brauch mal Lapis, alter. Hier muss doch mal was sein. Oder nicht? Äh, ja. Wir schauen einfach mal weiter hier. Mal sehen, was sich so ergibt. Ich muss das ganze Eisen jetzt leider liegen lassen. Weil ich jetzt ja auch nicht alles mitnehmen kann. Oh. Und ich hab mal überlegt, ich würde mir mal einen Lava-Eimer holen. Ähm, für einen Kampf einfach. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier mal eben machen können. Oder sollten. Da ist Lava. Okay, aber... Ja, wäre wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Dann mach ich mal folgendes. Zack. Cobblestone kommt erst mal raus. Ähm. Ja. Einfach mal so ein kleiner Lava-Eimer. Den ich natürlich auch direkt aus der Hotbar nehme. Und ich weiß jetzt nicht, soll ich, ähm... Den Cobblestone wieder mitnehmen, so zum rüberbauen. Oder reicht's vielleicht auch, wenn ich... Ja, komm, ich sollte ja vielleicht erst mal das Steak und sowas aufessen. Ähm... Ja, komm, Cobblen kriegen wir eh wieder. Ich nehme mal hier Erde zum Hochstecken. Das geht ja auch erst mal. Eigentlich müssen wir das Bett auch nicht die ganze Zeit im Inventar behalten. Aber das Problem ist, dass ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder Wolle finde, wenn ich mal eins brauche, ne? Und deswegen würde ich's schon gerne behalten. Ist halt auch manchmal wichtig, dass man die Nacht überspringen kann. Scheiße. Na los, komm her. So, ich wollte eigentlich nächste Folge dann in den, äh, Nether gehen. Das war so mein Ziel. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Wir werden's sehen, ne? Ja. Heute wird wahrscheinlich auch der erste Tag sein, wo ich zwei Folgen aufnehme. Oh, da ist Lapis. Geil. Alter. So versteckt. Jetzt muss ich aber vorsichtig sein. Ja, muss sowieso die ganze Zeit eigentlich. Und gleich so viel. Ist ja episch. So, warte mal. Was werfe ich da weg? Soll ich da die Federn wegwerfen? Obwohl ich die für Pfeile eigentlich gebrauchen kann, ganz gut. Ich weiß nicht, Knochen brauche ich da nicht, oder? Oh, scheiße. Alter, ich dachte schon, das ist ein Creeper. Nicht, dass der mir jetzt hier das Lapis wegsprengt. Ich nehm's erst mal mit. So. Alter, ist ja geil. Da haben wir nochmal was geschafft heute. Dann schnell wieder zurück. Wo kam ich her? Ich glaub hier, ne? Genau. Und dann ist es auch gar nicht mehr weit. Ist ja nice, ey. Mehr brauchte ich eigentlich gar nicht. So, dann geh ich mal wieder hierher. Machen wir da ein bisschen zu. Und ja. Dann werde ich hier wahrscheinlich unterortisch irgendwo meine Base bauen. So, warte mal. Ich kann jetzt mal hier langsam die Karotten essen alle. Damit erst mal ein bisschen Essen wegkommt, ne? So. Ja, dann schlage ich ja immer mein Lager auf. Achso, hier konnte ich ja gar nicht mehr abbauen. Ähm. Ich bin aber auch immer bei solchen Gängen ein bisschen vorsichtig lieber. Ich mach das mal gerade so. Ich leg mal hier, äh, alles Lapis hin. Äh, Quatsch. Lapis, genau. Diorit. Und dann grabe ich hier so ein bisschen frei und kann mir hier eine Base bauen. Ne? Und ja, dann gucken wir mal. So. Ähm. Ja, hier auch mal so ein bisschen zumachen, ne? Soll ja keiner merken, dass wir hier sind. Und ja, dann, äh, mach ich mir nochmal ne Workbench. Wir haben ja eigentlich genug Holz dafür. Da kann ich mir immer wieder ne neue machen. So. Dann, äh, natürlich erst mal ne Kiste. Wo auch erst mal ein bisschen Crap reinkommt. Also hier sowas. Erde. Koppel. Und Andesit und so. Was eigentlich kein Mensch erst mal braucht. Ja, ach, das ist ja nochmal Koppel. Na komm, das muss alles ordentlich in die Kiste, ne? Und ja, dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um zu verzaubern. Ich mach jetzt erst mal folgendes. Das eine Obsidian kann natürlich dann auch da rein. Oh, Moment. Ich muss natürlich erst mal das Buch craften. Und sollte mir auch erst mal ne Zuckerrohrform wieder bauen. Hätte ich eigentlich vorhin schon mal machen müssen. Um die Zeit zu nutzen. War jetzt ein bisschen doof von mir. So. Darf halt keiner merken, ne? So. Zack. Das machen wir drei hoch. Hier kommt nochmal ein bisschen was weg. So. Und dann kann ich auch jetzt nur ein Zuckerrohr anbauen hier. Ist auch ein bisschen dämlich. Aber den Rest brauche ich für Papier. Genau. Da kriegt man nämlich ein Buch zusammen. Das muss jetzt langsam mal sein. Da kann ich jetzt ja nicht sagen, ne, ich muss noch das Zuckerrohr anbauen. Das geht leider nicht. So. Zack. Da haben wir den Zaubertisch. Und ja. Dann können wir mal ein bisschen was verzaubern. Und zwar. Ich habe ja 18 Level. Und die würde ich jetzt auch gerne mal einsetzen. Und nächste Folge im Nether würde ich dann eben weitere Level farmen. Das war so der Plan. Und ja. Ich mache mir erstmal zwei Schwerter und gucke mal, was ich rausbekomme. Ich nehme natürlich immer das Billigste, ne? Schärfe 1. So. Damit wollen wir nur einen Lapis verlieren. Das wäre ganz gut. Und dann werde ich immer mir in den Ambus direkt die Schwerter kombinieren. Hier zum Beispiel zu Schärfe 2. Und ja. Das werde ich eben alles mit Eisenschwertern machen. Deswegen brauchte ich auch das Eisen. Und ja. Da gucken wir mal. Ich brauche nochmal ein paar Kobbister. Sonst mache ich mir nämlich nochmal ein paar Öfen. So. Äh. Wo kommen die hin? Ja. Komm hier. Ich will nämlich gleich einen Screenshot machen. Oh. Warte mal. Warum ging das jetzt nicht? Weil ich da hinten platziert habe, gell? So. Ach leu. Oder wie so backt ihr alles? Wahrscheinlich wegen Ambus gerade. Okay. Ähm. Ja. Dann mache ich mal folgendes. Und zwar. Äh. So. Zwei Stück. Hier auch nochmal. So. Dann brauche ich noch ein bisschen Cobblestone. Werde ich mir hier hinten nochmal abbauen. Da können dann die nächsten Öfen gleich hin. Ne. Ich hoffe, dass wirklich die Base hier keiner findet erstmal. Das wäre nämlich echt schlecht. Oh. Moment. Jetzt habe ich das Eisen weggeworfen. Ah. Mann. Immer. Immer der Scheiß. Dass man das nicht hinten platzieren kann. Ist auch ein bisschen komisch. Aber ging ja bei einer echten World Border auch nicht, ne? Von daher sollte ich mich mal nicht beschweren. So. Ähm. Wie viel braucht man noch? Einen. So. Ja. Ist halt blöd, dass ich jetzt immer mit den Cobblestone extra farmen muss. Weil ich den sonst immer wegwerfe. Aber anders geht's nicht, ne? Ach. Schon wieder, ey. Ich fall immer wieder drauf rein. So. Dann haben wir auch noch zwei Sticks übrig, die da rein können. Obwohl ich die Sticks auch noch zum Verzaubern hätte gebrauchen können. Das auf jeden Fall. Aber da brauche ich ja erstmal Eisen wieder, ne? So. Ich gucke mal hier rein. Was haben wir da alles so? Zack. Ich werde natürlich am Ende der Folge auch die Öfen auslernen und mich ein bisschen wegbegeben von der Base. Falls sie doch jemand findet, damit ich nicht gleich hier drin stehe wie so ein Doofer. Obwohl ich nicht glaube, dass bis zur nächsten Folge das hier jemand findet. Weil ich die nächste Folge in ein paar Stunden schon aufnehme. So. Also ich werde ein paar Stunden Pause machen zwischendurch, ne? Damit es auch spannend bleibt. Und ja. Gegen Verbrennung habe ich übrigens auch nichts, ne? Falls das mal kommt. Bannen aber schon. Das mag ich nicht. Haltbarkeit. Okay, na gut. Wegen mir. Ähm. Moment. Oh, warte. Ich muss gleich vom Server. Hä? Aber wieso 814? Ich bin doch schon viel länger drauf. Ich bin jetzt in der Aufnahme schon bei 15 Minuten. Hat es wieder geleckt oder was? Ich weiß es nicht. Ich mache erst mal so ein Screenshot hier. Ähm. Oder sowas. Sieht doch auch cool aus. Da sieht man mal so die ganze Base, ja. Warum nicht? So, perfekt. Ja, dann gucken wir mal. Ist natürlich wieder früh am Morgen. Oh, ich muss gleich los, Alter. Die sollen sich mal hier beeilen, bis auf 900 zu gehen, ne? So. Okay, machen wir nochmal hier zwei weitere Schwerter. Mal sehen, was da so bei rauskommt. Schärfe, Haltbarkeit, Schärfe. Na, dann wieder das. Rückstoß. Ja, jetzt muss ich das ja mal nehmen. Auch nochmal Schärfe. Sehr gut. Da hat mein Schwert natürlich im Endeffekt so richtig viel Crap mit drauf. Hm. Geht wohl nicht anders auf Dauer. Schärfe 2, Schärfe 1, Schärfe 1. Warte mal, habe ich jetzt vorhin Schärfe 1 und Schärfe 2 kombiniert? Bin ich eigentlich blöd? So, ich könnte jetzt schon Schärfe 1 und Schärfe 2. Äh, Quatsch. Zweimal Schärfe 2 kombinieren. Aber das braucht schon sieben Level. Wird also immer teurer. Vielleicht werfe ich das sogar wieder weg, auch wenn das ein bisschen verschwenderisch ist. Ja, aber ist halt so. So, und eigentlich wollte ich mich ein bisschen woanders ausloggen. Und die teuren Sachen wieder mitnehmen. Ja, Moment. Ich verlasse gleich den Server. Ich grabe mich noch ein bisschen weg. Ach, die werden mich eh trappen. Egal, wo ich jetzt stehe, ne? Ja. Ähm. Bis zur nächsten Folge ist wahrscheinlich eh keiner drauf. Deswegen bin ich da jetzt auch eigentlich relativ unvorsichtig, ne? Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss. Tschüss.